Die erste klimaneutrale Industrieregion Europas. Ein Land, das in Vielfalt zusammenhält. Ob in den Kommunen, im Landtag oder in der Landesregierung. Wir Grüne gestalten eine lebenswerte Zukunft. Das ist unsere Vision für Nordrhein-Westfalen. Der 15. Mai 2022. Was für ein Abend. Unser gemeinsamer Erfolg. Wir haben unser Wahlergebnis verdreifacht. Mit dieser Kraft der Grünen gehen wir verantwortlich um. Wir gestalten Nordrhein-Westfalen. Wir beheben die Probleme im Status quo. Schritt für Schritt. Der Klimaschutz ist überall wiederzuerkennen. Wir kämpfen gegen das Symptom der großen ökologischen Krise, der Klimakrise. Wir finden Lösungen, statt nur Probleme zu beschreiben. Und das zusammen mit den Menschen. Damit schaffen wir es, ein erfolgreiches Wohlstandsmodell auf Grundlage von Erneuerbaren, von Rohstoffleichtigkeit für unsere Wirtschaft und damit für die Menschen in Nordrhein-Westfalen in Zukunft zu ermöglichen. Und das steht im Moment. Die mkräfte lieben die Marு Honey-Tierkashin. Lausende. an der Klimakrise. Nachwürtt Phof haber nowadays. Ich glaube ein Ansatz. In��近. Das steht im Moment. Beweis gibt in die auf Gäuze, zwei Algerek findern. juszilos. Das steht es ist釀 fünf người, Sohn in kurken leveesPO. Aber Self- crisis mit hil disastrous sein. Vielen Dank.